Hallo, ich wollte euch heute meine drei liebsten Sommerschuhe zeigen, ohne Absatz. Im nächsten Video kommen dann die liebsten Sommerschuhe mit Absatz. Und ich fange mit diesen hier an. Die sind von H&M gewesen, ich glaube aus dem letzten oder vorletzten Jahr. Die finde ich ganz süß, die haben halt hier so Franzen und hier dieses goldene Ding. Dann als nächstes diese hier, die sind auch aus meinem letzten Primer Call. Die haben halt hier so Blüten, wie ihr sehen könnt. Und die finde ich ganz süß, weil die halt zu allem passen. Und zu guter Letzt noch diese hier. Die waren von C&A. Und die trage ich dann, wenn es nicht ganz so warm draußen ist. Und ja. Das war es auch schon, ich zeige das Ganze jetzt noch angezogen. Ich hoffe es gefällt euch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.